Der Corgi Guard, ein Pudel-Warlock oder der Chow Chow in Keeper. Die Künstlerin Nikita Orloff malt sogenannte Battle Dogs und verwandelt Huskies in Barbaren oder Dobermann-Hunde in Krieger mit Schild und Schwert. Die 31-Jährige hat aber nicht nur einen erfolgreichen Instagram-Kanal mit über 4000 Abonnenten. Inzwischen hat sie aus ihren Zeichnungen auch Figuren gemacht, die sie für je umgerechnet 12 Euro online verkauft. Wie sie auf diese Idee kam? Ich dachte mir eines Tages, es wäre doch lustig, wenn man einen Hund-Zentaur erfinden würde. Allerdings hat das bestimmt schon irgendwer gemacht. Als sie aber danach googelte und nichts fand, war klar, was ihr nächstes Künstlerprojekt werden sollte. Die Battle Dogs.